Es gab einmal eine Zeit in meinem Leben, wo ich die Büchse der Pandora mit mir herumtrog. So fühlte es sich an. Die Büchse der Pandora geht auf die griechische Mythologie zurück. Und wenn man sie öffnet, dann zerstört sie alles. Ich hatte große Angst vor dieser Büchse, die Büchse zu öffnen. Ich wusste nicht, was passieren würde, was sie zerstören würde. Doch gleichzeitig wusste ich, dass ich es wissen will, dass ich es wissen muss. Ich wollte nicht mehr mit der großen, unbestimmten Angst leben. Ich wollte wissen, was in der Büchse war. Irgendwann war der Moment da, wo ich sie dann öffnete. Und mein Körper reagierte sofort. Was kam heraus, als ich die Büchse öffnete? Ich stellte fest, dass mein Vater in der DDR beim Ministerium für Stadtsicherheit bei der Stasi gearbeitet hatte. Das war bis dahin ein Tabu. Und ich selbst hatte es verdrängt. Stasi, das waren immer die anderen. Das hatte nichts mit mir zu tun. Und plötzlich war die Stasi ganz nah. Aber es war das Beste, was ich machen konnte. Und ich bin so froh, dass ich damals den Mut hatte, die Büchse zu öffnen. Obwohl ich mir damals überhaupt nicht mutig vorkam. Meine Ängste haben sich zum Teil bestätigt. Denn es war nicht immer einfach, mich mit der Familiengeschichte, mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen, mit meinen Prägungen. Das hat ganz schön was durcheinandergebracht. Ich hatte in mir ganz schön was aufzuräumen. Die meisten Ängste haben sich aber gar nicht bestätigt. Ich habe so viele wunderbare Erfahrungen machen können und mache sie auch noch heute, die ich mir in dem Moment, wo ich die Büchse der Pandora öffnete, nicht mal im Ansatz hätte ausmalen können. Und irgendwie fühlte es sich auch gerade gesamtgesellschaftlich so an. Vieles lief in den letzten Jahrzehnten schief. Und aktuell fliegt uns einiges um die Ohren, als wenn sich die Büchse der Pandora geöffnet hätte. Aber ich möchte sagen, dass darin auch gleichzeitig viele Chancen stecken. Wir müssen uns auf das besinnen, was uns ausmacht. Welche Werte wir leben wollen. Denn da ist vieles, was wir ändern müssen. Und das können wir nur in uns selbst finden. Wenn wir in unserer Mitte sind. Wenn wir innerlich stabil sind. Und nicht im Außen. Und schon gar nicht mit angstmachenden Narrativen. Verbinde dich mit Menschen, die dich bestärken. Nicht Menschen, die dir Angst machen. Und lenke deinen Blick auf das, was du tun kannst. Was du verändern und gestalten kannst. Und das fängt mit einem Lächeln zu dir selbst und zu den Menschen in deinem Umfeld an. In diesem Sinne schicke ich dir lächelnde Grüße voller Zuversicht. Und das fängt mit einer Bitte zu haben.